Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich weiß jetzt nicht gerade, wenn Sie auf Sendung gehen, was für eine Tageszeit bei Ihnen ist. Ich freue mich, heute etwas ganz Neues zu präsentieren und zwar trete ich heute Abend als Entertainer auf für die Firma Peter Heinrichs. Mein Name ist Peter Heinrichs und ich verkaufe Ihnen etwas, was von unserer Produktion ist, etwas, was ich gerne rauche, was meine Freunde gerne rauchen und was Sie als Freund auch mal probieren müssen. Ich habe hier ein Zigarillo, ein Zigarillo, was wunderbar leicht ist, sehr leicht, nicht nur leicht vom Gewicht, sondern echt leicht. Und glauben Sie mir, es ist einer der leichtesten Zigarillo, die in Deutschland auf dem Markt sind. Nämlich da innen drin ist Pfeifentabak. Und wenn Sie mal riechen wollen, weil leider geht das leider nicht, es ist einfach ein lecker Zigarillo. Ein ganz lecker Zigarillo. Das ist handlich, kosten 20 Stück, 9,40 Euro und das ist eine Wucht. Dasselbe habe ich auch da, wenn Sie ein bisschen mehr Zeit haben, als Zigarre. Und zwar als Zigarre, die auch Damen rauchen können, ohne dass das Ganze irgendwie aussieht, als wenn man irgendwo ein Lolli im Mund hat. Das ist einfach lecker. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde, der Geruch alleine lohnt es sich schon, so eine Packung zu kaufen. Dann habe ich noch was Neues mitgebracht. Was Neues ist übertrieben. Das ist etwas, was wir schon einige Jahre haben. Aber viele nicht wissen, was das ist. Das ist eine Zigarre, die kommt aus der Dominikanischen Republik. Die ist von einem sehr bekannten Hersteller. Und dieser Hersteller stellt normalerweise nur Zigarren her, die fünfmal so viel kosten. Aber diese haben unterschiedliche Farben im Decker. Wir haben früher dazu viele Farben gesagt. Und diese Zigarre ist aus der Dominikanischen Republik und heißt Cru Piori. Damit geben wir zu erkennen, dass unser Name für ein super Produkt steht. Die kostet das Stück 2,90 Euro. Das gleiche habe ich auch als Panantela. Die Panantela ist natürlich ein bisschen eleganter von der Länge. Schön schlank. Nicht so lang im Rauch. Aber für die halbe Stunde ist das ein hervorragendes Zigarren. Wunderbar im Zug, ohne dass sie dicke Backen kriegen. Und die kosten das Stück 3,90 Euro. Wissen Sie, dicke Backen kriegen wir von vielen Zigarren. Weil die entweder nicht luften, sie sind zu fest gerollt. Die sind auch mit der Hand gedreht. Das sind keine Fabrikzigarren. Aber die sind so gerollt, wie ich das gerne haben möchte, dass man es auch rauchen kann. Dann habe ich hier, wenn Sie abends ein schönes Buch lesen, eine schöne Robusto. Eine richtig schöne, luftige, hervorragende Robusto, wo entsprechend auch die Qualität zum Ausdruck kommt. Sie sehen an den Deckblättern, die sind etwas dunkler. Das ist praktisch dadurch, weil es eben halt eine Vielfarbe ist. Das gleiche Produkt können Sie auch mal 5 haben. Da kostet die anstatt 4,25 Euro, liegt die bei 19 Euro. Aber bei uns 4,25 Euro. Und dann habe ich zum Schluss noch eine für 4,15 Euro. Das ist unsere meistgekaufte. Das ist eine schöne Corona. So für eine Stunde. Rauchgenuss hervorragend. Wenn Sie die rauchen, sind Sie in dem Genusshimmel. Ich sage immer, wir sind Genussraucher. Und Genuss ist heute eine Sache, die viele Leute nicht mehr wahrnehmen können. Aber in unserer heutigen Zeit ist es sehr wichtig, den Genuss vorzuschieben. Genießen Sie alles. Genießen Sie auch mein Gesicht heute Abend. Und sollten die Hamburger oder Münchner mich nicht verstehen, wir haben auch noch eine Seite, wo das Ganze entsprechend durch den Translator dargestellt wird. Aber ich hoffe, dass Sie mich trotzdem verstanden haben. Nämlich jetzt seid ihr alles meine Freunde, meine Kunden. Dankeschön. Und das waren die Zigarren, die ich euch vorgestellt habe. Und ich danke euch, dass ihr mich angeklickt habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Ich danke euch. Ich danke euch.